Die Firma Bramag ist mittlerweile ein internationales Unternehmen, das als Spezialist auf dem Gebiet von Dachsystemen gilt. Unter anderem gibt es auch in Gaspolzhofen eine Zweitstelle, die zu einem bedeutenden Arbeitgeber für die Region geworden ist. Wir haben drei Standorte in Österreich und Gaspolzhofen ist eben eines, das in den westlichen Bereich beliefert. Wir haben in Gaspolzhofen so im Jahreschnitt zwischen 60 und 70 Mitarbeiter und wir sind immerhin der Zweitgrößte Arbeitgeber in der Region. Die angebotenen Dachsysteme umfassen alles, was mit einem Dach zusammenhängt. Es wird den Kunden sogar bis hin zur Solaranlage alles geboten. Ein besonders interessanter Aspekt ist das Zusammenwirken von Niedrigenergiehäusern und Steildächern. Grundsätzlich muss man hier einmal feststellen, dass Niedrigenergiebauweise nichts mit den Dächern zu tun hat. Es ist sicherlich so, dass auch das Steildach ein ganz wesentlicher Faktor für Niedrigenergiebauten ist, weil es hier am besten möglich ist, die aktive Solarnutzung, sprich aus Warmwasser und Photovoltaik zu nutzen. Seit etwa einem Jahr gibt es auf dem Markt eine neue Ziegelart, die schmutzabweisend wirkt. Bramag hat diesen Ziegel bezeichnenderweise Protektor genannt. Ja, das ist das Ergebnis einer mittlerweile zehnjährigen Untersuchung und Forschung in unserer Gruppe und hat eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich, dass er sehr, sehr wenig verschmutzt und sehr widerstandsfähig auch ist für allgemeine Witterungseinflüsse und somit die Schönheit des Daches für viele Jahre garantiert. Die Langlebigkeit des Daches ist also gesichert und selbst in Energiefragen ist man bei Bramag bestens aufgehoben. Die Langlebigkeit des Daches ist also gesichert und selbst in Energiefragen ist man bei Bramag bestens aufgehoben. Die Langlebigkeit des Daches ist also gesichert und selbst in Energiefragen ist man bei Bramag bestens aufgehoben. Die Langlebigkeit des Daches ist also gesichert und selbst in Energiefragen ist man bei Bramag bestens aufgehoben. Vielen Dank.